Er ist dort! Gleich haben wir ihn! Verteilt euch! Er sitzt in der Falle. Jetzt haben wir dich! Bleib stehen! Ich hab ihn... Ich bist links! Er ist erledigt! Jetzt bin ich am Zug, Mowgli! Geh weg! Geh weg! Lass ihn zufrieden! Travils! Hast du das gehört, mein Sohn? Tu, was dir der Mann sagt! Geh zurück! Ich meinte dich, Russell! Klar! Travils, dafür sind wir schließlich um die halbe Welt gereist! Du lässt den Panther gehen! So, jetzt wirf dein Gewehr über den Felsen! Die Waffen weg! Wir sind jetzt quitt! Geh, Mowgli! Hilfe! Hilfe! Helft mir doch! Sie sind entkommen, habt ihr recht? Ja, und ich bin froh darüber. Ja. Gleich sind wir da! So! Travis! Hallo, Kumpel! Ich wollte mich verabschieden. Travis nach Hause, zur Familie. Ja. Du, guter Mann. Ich versuche es jedenfalls. Danke. Ich danke euch beiden. Macht's gut. Sie auch. Nach seinem außergewöhnlichen Erlebnis sah Travis die Tierwelt mit anderen Augen und begegnete ihr von nun an mit Respekt. Und Mowgli und Nabilie hatten dabei einen neuen Freund gewonnen. Der Frieden des Dschungels würde noch von anderen Menschen bedroht werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Untertitelung des ZDF, 2020